Wer es wissen will, soll schreiben, ich will es wissen und was ballern und ich fange an zu reden. Also dann kann mich nichts mehr aufhalten, dann sage ich euch. Dann kann mich nichts mehr aufhalten, dann muss ich da draus kotzen. So und dann bin ich ja natürlich jetzt wieder in Germany, bald bin ich in Monaco. Der will, dass ich zu ihm ziehe. Er heißt Siege, habe es kapiert. Nein, 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 das ist sehr, 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 sehr spannend, Leute. Also ihr müsst schon was reinballern, um es zu erfahren, sonst lasse ich es nicht raus. Also mich kann man schnell erpressen oder, was sagt man, abkaufen. Das geht ganz schnell. Das haben sehr viele hingekriegt. Ich kann keine Geheimnisse halten, Leute. Ich sage das, was ist. Der ist nicht im Vigo. Nein, um Gottes Willen. So lauter. Wie gesagt, ihr Süßen, jetzt in den nächsten Tagen haben wir geplant, dass ich all meine sieben Sachen packe, mit Harald lebe und die zukünftige Multimillionärin werde. Und ich werde euch nicht mehr mit dem Arsch anschauen. Das heißt, Vigo, ciao. Ups, ich habe es verraten. Oh, wie cool. Also ich kenne euch da nicht mehr so. Ups, wer ist Vigo? Was ist Vigo? Wer seid ihr? Ihr wisst. Also noch ein paar Tage versuche ich noch. Ab nach Monaco, Bär. Ja. Oh, wie geil. Sie hat zwei gesunde Hände. Und ich weiß nicht, wie ich es mit seinem Haar machen soll. Ob ich damit klarkommen soll. Oder ich habe mir gedacht, du gibst ihn die blaue oder die rote Pille. Entweder gebe ich ihn die blaue oder ihr wollt hoch. Ich glaube, die wollen es unbedingt kommentieren. Jetzt habe ich Angst. Hallo, wir klingeln die ganze Zeit. Wir klingeln, klingeln. Ich habe es nicht gesehen. Keiner macht die Türe auf. Keiner. Ich habe sogar am Fenster geklopft. Der Nachbar meinte, was machst du um diese Uhrzeit da? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich erzähle mal von meinem zukünftigen Partner. Hat dein Partner nicht gesagt, von Backgeil nach Hause zu Backgeil? Nein, nein. Der Harald, der ist sehr locker. Okay? Ich darf leben. Er sagt, um mal leben und leben lassen und gönnen. Und er gönne mir. Ich kriege eine American Express Part. Mal, was? Ich kriege eine goldene American Express Part von ihm. Hat er gesagt, dass er hier ist. Also ich kenne euch nicht. Bin ich hier? Ich kenne euch nicht. Mein Arsch kennt euch nicht. Und die Valeria kennt euch auch nicht. Leben und sterben lassen. Ist, oh Gott. Also ich habe aber echt überlegt, ob ich mit ihm wandern gehen soll. Ich gehe mit ihm wandern und dann lachen. Würdest du, ganz ehrlich, wenn du... Wie ein Urlaubspunkt mal aussehen. Wenn du das große Geld finden würdest, würdest du alle Menschen hinterher lassen, so? Ich kenne euch nicht. Hallo? Habe ich euch mal gesehen? Kennt ihr nicht, ne? Ich kenne Valeria, der ist in der Sanse. So, du so Valeria, ich so, ich kenne den Penner nicht. Wo sind die Kaffee? Oh, ich kann nicht mehr. In Monaco muss man wenigstens was auf dem Tisch. Wo liegt Monaco? Na, da ist hinter Frankreich. Ich kenne euch alle nicht. Komm bitte. Oh, ich kann nicht schlafen. Oh Gott, ich komme echt nicht mehr klar, Leute. Und er tült in der Shisha-Bar. Trafen? So, sozial schwach, noch sozial schwacher kann ein Mensch nicht singen. Hans-Mussen-Bell, Kardashian-Bell. Stuben-Arrest, nein. Maskulin. Hans-Mussen-Bell. Hey, Jan-O. Hallo. Hey. Mir geht's gut. Und dir, wo ist der Heinz jetzt? Ich brauche, ich... Du hast ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt, darum ist der Gang. Ich brauche, aber ich brauche 5 Minuten Aufmerksamkeit, danach gehe ich. Tamam. Unicorn lerne. Wie war denn? Unicorn, CDB. Nee? Ich tue, ich habe ja keine. Ah, okay. Du hast, ne? Ja, wie sauber. So, Leute. Ich muss mich mit sozialen Schwach abgeben, ja? Oder? Nein. Und sonst? Und sonst? Nein. Hallo. Mach mal deine Kamera an. Wir wollen mal ein hübscher Mann sein. Heide. Also, nee. Arbeit kann keiner übertreffen. Ich zeige mich nicht mehr. Hör nichts. Ich komm wieder. Hör nichts. Ich zeige mich nicht mehr. Ich bin ungeschminkt. Er zeigt sich nicht mehr. Versteht ihr das? Ich zeige dich nur noch in real life. Wahr, gerne, wahr. Versteht ihr doch? shoache ne? Konkur. Versteht ihr schon? Ja, das ist ein Kalem. Ja, ich bin der Karte, ich bin der Karte. Adam seni Monaco'ya değil, noch etwas er. Wer er der Ikkapli? Menschen haben gesagt. Hans, nein. Du bist so großart bist du, wenn du bist? Ich habe mir doch das schon getroffen. Ich bin noch mal. Ich habe mir das einfach etwas gesehen. Ich bin noch ein Unicorn. Nein, ich habe nur meine Lieblingsammer. Okay. Was ist das? 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 Ist das... Was ist das? Es ist das? Was ist das? Ich vere dich zu unserem Notland. Amen. Waitが Ihr interess kept? Wirklich Disney re skin alsВων! Das ist ein ... Wenn du ... Wie geht es? Ich bin ein Kind. Du bist ein Kind. Dammit, ich bin ein Kind, okay. Du hast was verstanden. Du hast was von meinem Next und von meinem Zukunft erzählen. Ey, sag einmal bitte dein Kind. Geh' dich schnell.